Guten Abend meine Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town. Heute mit den folgenden Themen. Anonymus, die alte Eiche. Wie lange wird der Baum noch bestehen? Gigocraft. Macht sie wirklich nur Minecraft? Zalucard. Einer der besten Geschichtenerzähler auf YouTube. Stimmt das? Grants. Hat er wieder ein Bier in der Aufnahme dabei? Horch und Guck LP. Was hat er heute gesehen? Julia Trin. Was bedeutet der Nachname? Kapuzenwurm. Warum tragen Würmer eigentlich Kapuzen? Grabs 1. Leuchtet er eigentlich im Dunkel? Nephias. Hat er sich als Vorbild den Messias gewählt? Nightshade. Hat er zu viel damals die Serie Flash the Original Series gesehen? Oder hat er den Namen irgendwo anders geklaut? Vita Wolf. Ist er wirklich dabei sein neues Album zu releasen? Julia? Und Marv zockt, der leider schon tot am Boden liegt. Willkommen. Oh, bist du schon tot? Julia Trin. Tschüss. Was? Ich hab' gar nicht einleitend. Ja, ich hab' die Einleitung endet dann. Nein, ja. Bist du einer? Verbein? 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 Der stand so still da, da hat sich der Tracer sicherlich gedacht. Warum bin ich dir jetzt abgenauelt? Endlich Ruhe. Aber immer diese rhetorischen Fragen hier. Hi, Nightshade. Toll. Hat Grants ein Bier? Oh Gott, nicht Töne. Hat Grants ein Bier? Was ist das für eine blöde Frage? Natürlich mal. Wann hat er mal kein Bier? Wenn ich morgens aufwache, Anna. Nefias, geh mal bei den Double Towers aufs Dach mit dem Enterhang. Du hast doch einen, oder? Ja, genau. Geh mal da hoch aufs Dach. Okay. Ja. Nice. Also da, wo man sonst nicht hinkommt, eigentlich. Das könnte Trenge lesen. So, jetzt muss ich einen Fass kurz wegmachen. Bitte nicht auf mich schießen. Das wird Marv sein. Okay, Achtung. Ihr seht mich, ja? Ne, sehe ich nicht. Wo bist du denn? Nein, du sollst mich noch nicht sehen. Das ist nur für Detektives. Detektives sehen mich unter dir direkt. Ich komme jetzt hoch zu euch. Achso, mit dem Ding. Ah, wer schießt hier? Irgendjemand ist abgestürzt. Ich habe nicht geschossen, aber ich habe gesehen, dass du... Kapuze auf uns wird gesnipert. Ja, ja. Da im Turm, da im Turm. Ich lebe noch. Okay. Leute, ich komme zu euch. Leute, ich komme zu euch. Crabs ist Traitor. Crabs ist Traitor. In welchem Turm? Was seid ihr denn? Weile auf die Detektiv... Leute! Nehmt mich auf! Okay, Achtung! Entschuldigung! Entschuldigung! Okay, von wo? Ich bin dabei. Tu, tu wo? Er ist tot, er ist tot. Alles klar. Ich komme hier nie wieder runter. Wo seid ihr da bitte? Warte, ich muss mein Gefährt wieder aufrichten. Okay, wir sehen uns. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe Crabs getötet. Oh nein! Turbulenzen! Oh, Köcke! Oh! Das tut mir leid. Ihr saßt im Weg. Ihr standet im Weg. Hast du gerade jemanden Detective Traitor? Was hast du gerade gemacht? Anne! Anne, ist es! Anne, ist es? Ah, stimmt doch, ey. Nein, ich bin das nicht. Anne, stimmt das, was die Leute... Oh nein! Ich habe sie schießen gesehen! Nein! Doch! Nein! Und ich habe dich verfehlt! Tontorben schießen, ey! Tontorben schießen, ey! Das war so scheiße, ich springe da runter, stehen da einfach drei Leute und ich töte sie mit einem Jump. Ich war Traitor gewesen. Boah, du hast drei Inos gekillt! Dat Karma, Nephi! Dat Karma! Ein Traitor auch gekillt. Ne, Heuchi war auch dabei und der war Traitor. Das ist Karma, ey! Ja, super! Ich wollte gerade Spartan! Was, hier wird Karma angezogen? Da muss ein Fass Spartan! Ne, ich wollte gerade, ich wollte gerade, äh, Nightsharek Spartan. Dalu, mit welchem Alter machst du das, dass du so hochfliegst? Mit dem Magneto-Stick! Mit dem Magneto-Stick! Das geht? Los, Dalu, du lenkst das Flugzeug, ich habe die tödliche Fracht. Ja, nein, nein! Hey, wer will hier? Hey, wer will hier? Hey! Hey, das gibt Krieg! Das gibt Krieg! Scheiße, du hast Fass! Weg hier! Weg hier! Ich schiefe dir was hier auf W. Der Flieger! Der ist gerade geschossen, was war das? Leute, alles gut. Das war ich. Alles gut. Hallo, Julia. Leute, und dann hebt er wieder ab. Und dann fliegt er ab. Irgendeiner ist zu schwer! Marv! Marv geht auf! Dalu, bist du Traitor? Marv! Ich bin nicht Traitor, ich will abhauen. Marv, du bist zu dick! Oh! Dann trage ich dich halt durch die Gegend! Das ist alles inaktive Muskel, Marv! Warte mal, warte! Ja, weg! Oh! Ach, was tut ihr da? Crap, ich meine, Dalu, mach das jetzt mal! Kann ich nicht, wenn Marv mitfliegt! Ja! 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 Keine Grants! Du hasst mich! Ja! Schade! Ich kann ihn bewegen! Ich fliege! Oh! Boah, da war doch nicht geschossen! Ey, wo ist der Mav? Nicht loslassen, Grinz! Was machst du denn? Anna, ich bin sicher! Wo ist der Mav? Was macht ihr da da? Ich bin ein Satellit, ey! Explosion! Ich lande jetzt auf dem hier! Explosion! Ich töte euch! Krabs hat ihn getötet, Leute! Ich hab ihn nicht gekillt! Ne, stimmt! Er ist durch Fallschaden gestorben! Was ne geile Aktion, ey! Killed bei Haus, ey! Guck mal, Mav kommt nicht mehr klar! Was ist das da oben nochmal? Komm, Peter! Wer hat den Nightshade gerade erschossen? Zum Glück ist hier gerade keiner gestorben, ey! Wohin soll ich kommen, Krabs? Krabs? Moment, ihr habt das Haus einstürzen? Lass es sich jetzt erst! Ich glaube, jemand hat Krabs umgebracht! Ja, das muss ja ewig sein! Ja, Vita, du! Nein, ja, Vita! Wieso ich? Weil alle anderen tot sind! Er sagt gerade wieder, komm mal her und dann fällt tot um! Und ich soll es natürlich gewesen sein, sinnvoll! Ja, weil der Traitor hat gerade das Haut... Was? Was? Hallo? Hallo! Hallo! Was? Ja! Das war ich! Aber wer hat mich abgeschossen? Das war ich! Da bin ich nicht wieder zurückgekommen! Nein, da kommst du ja nicht! Du stirbst doch! Du bist ja nur unsichtbar! Weil du im Haus stirbst! Du kriegst den standardmäßigen Schaden, aber du bist halt einfach unsichtbar, wenn du nicht so viel nimmst! Seht wohl, Anne! Wir sehen uns! Hä? Seht wohl! Hüpf rüber jetzt! Ja, danke! Nein! Und es ist Marv! Marv ist es! Schießt Marv ab! Oh! Anne, Anne! Marv ist Traitor! Marv steht hinten in der Ecke! Hinten in der Ecke, Leute! Es ist eine Sabotage am Fluggerät! Auf ihn schießt du? Ja, auf Marv! Auf Marv hab ich geschossen! Ja, er war Traitor! Er wollte meinen Flut sabotieren! Das wär fast dahinten losgehen! Dalu grad schwimmt! Dalu, geht das nur, geht das nur mit nem zweiten Objekt? Also brauchst du zwei Sachen? Ey, Horchi, kannst du mich heilen? Vorsicht! Oh, alle sind auf dem Haus, Leute! Jemand muss bitte Marv da runterwerfen! Horchi! Danke dein Blut! Jemand soll da Marv runterwerfen! Oh, das passt da nicht runter! Ey, das hat mir voll viel Leben gekostet! Ich weiß! Dafür töd ich dich! Ich kann halt Leute heilen vielleicht, die Innos! Hab ich auch nix von! Doch, vielleicht! Hallo! Tschüss! Ja, Horchi! Machst du? Radio! Heilst du mich? Äh... Grad Marv würd sagen... Krabs ist ein Riesenfehler, aber ich mach's trotzdem! Wo ist Krabs denn? Ich schütze mich, Tiggo! Ach, ja, reicht auch mal! Ob du die hast! Ja, Verschwendung! Ey, Traitor! Wo ist er denn? Marv! Dann hab ich ja... Noch einer gerade! Kein Punkt bekommen! Ist einer tot? Runtergefahren wahrscheinlich! Ja, ja! Ich hab Krabs gerade getötet! Warum? Doch! Weil er die Silenced hatte! Okay! Ja, da liegt sie noch! Äh... Die kann ich jetzt aber nicht einsammeln! Ich schieße das Phas hier! Doch! Was macht das? Jetpack? Wie geht denn das? Wieder hat eine Silenced! Jetpack? Flieg! Jetpack! Nein, hab ich nicht! Woah! Oh Gott, das... Oh Gott! Ey, was machst du da, Horchi? Jetpack rum, das ist kein guter Plan, glaub! Was ist passiert? Horchi! Horchi war zu schnell! Ich hab seinen Hut! Hier ist sein Hut, Leute! Ich hab Horchis Hut auf! Ich hab Horchis Hut auf! Ich muss meinen Flug noch erwischen! Was machst du da, du? Wo bist du? Ich hebe ab! Okay, Donne, ich stütze ab! Ich hebe ab! Ich hebe ab! Okay, Donne, ich stütze ab! Ich hebe ab! Fazit? Okay, jetzt! Der ist gut! Der kommt jetzt! Lebt wohl! Nimm dich mit! Wow! Nein, ich nehm dich nicht mit! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was machst du da? Ist das Anne oder was? Was? Sie verteidigt sich ja nicht mal! Wow! Shit! Wo flieg ich denn hin? Bleib hier! Ich bin außer Kontrolle! Wow! Nein! Hilf! Nicht! 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 Den hab ich doch von Horchis! Warte, ich kann's dir zeigen! Ich hab sogar... Guck! Warte, warte, warte! Ich hab sogar das Midi-Pick von ihm! Guck! Ich hab ihn aber nicht gekillt! Weil er ist verfallen! Dann war's Chigo! Dann war's Chigo, oder? Glaub mir diesmal einmal! Ich hab da so'n schlechtes Gewissen! Ich hab wirklich geschossen! Und wieder fällt er drauf rein! Wer hat mich gerade geschuldet? Kapuze und Chigo sind selber weg! Wie kann ich dich jetzt auch heilen damit? Ich hab aufgeschossen! Ich geb's dazu! Aber ich hab... Ich bin ja angekommen! Ihr seid heute alle so laut! Ja! Schlimm heute, ne? Schrecklich! Wer hat mich denn jetzt gerade beschuldigt eigentlich? Der Detective hat dich beschuldigt! Was? Aber ich hab überhaupt nichts gemacht! Das liegt doch rum wie so'ne kleine Matte! Vertraue da nun! Äh... Chigo hat mir gerade ganz tief in die Augen geschaut! Ich hab auch nicht verlaut! Das Anne freit zum Abschuss, Vita? Nein, nein, nein! Ja, ich hab auch viel geschossen! Ah! Was ist? Wo? War das tot? Was war das? Kann man die... Kann man diese Planken jetzt eigentlich nicht mehr kaputt schießen? Der einzige, der jetzt nicht interessiert, war Anne! Ja, irgendwie schon! Aber du konntest noch nie alle Planken kaputt schießen! Ja, okay... Chigo! Chigo! Dalu! Geister Dalu! Hab ich dein Gefährt beschädigt und du bist runtergeflogen? Geister Dalu redet nicht, der hat uns verlassen! Die Geisterbeschwörung war nicht sehr erfolgreich! Chigo steht vorne! Ich hab mir echt Mühe gegeben! Ich hab echt alles vorbereitet! Eine Katzenpfote! Aber irgendwie... Keine Sorge, Anne! Das war ich! Okay! Ich wollte nur durchs Fenster gucken, wer da drin ist! Hier ist er! Hier ist er! Hier ist er! Die arme, gepeinigte Seele! Kommt auf ihn runter! Mach dem beiden ein Ende! Okay! Eine Flugbestattung! Ja, genau! Eine Flug... Er hätte es so gewollt! Der Finger hinterher! Okay! Er hätte es so gewollt! Er hätte es so gewollt! Er hätte es so gewollt! Er noch gelebt hätte! Er wollte das auch! Ich hab mich auf ihn geschossen, es tut mir so leid! Meinst du, wir können ihn noch... Wir können ihn noch retten, wenn ich jetzt runterspringe? Bestimmt! Kapuze? Was machst du da? Ich hab ne Smoke untergeworfen! Ah ne! Ich spring mit dir, wenn du springst! Ja, aber das wäre doch dumm für den Traitor, wenn du uns doch killt! Oh, da schießt er! Ja, ich auf den Fass! Auf den Fass! Wow! Chill, man! Da hat mich auch jemand angeschossen mit der Siden-Sniper? Oder mit ihr? Ne, mit der Rifle einfach so glaube ich! Kapuze zielt immer noch auf mich hier! Ich ziel doch gar... Bist du oben? Nein! Ja! Okay, ja gut! Natürlich schau ich rauf, wenn du willst! Ich hab Angst da... Es kann nur... Wer lebt da noch? Nightshade? Ja! Oh, Anne? Und Vita, oder? Oh, Shigo! Shigo, das war nicht klug von dir! Wer lebt da noch? Ja, Shigo-Craft! Shigo, Shigo ist es! Das ist die Einste, die eine Position gerade hat, von der sie hätte snipern können... Ah ja! Zeh auf mich geschossen! Zeh auf mich geschossen! Shigo confirmed! Anne ist tot, Anne ist tot! Shigo confirmed! Zeh auf mich geschossen! Wo ist sie? Wo ist sie? Unten zwischen den Häusern! Wieso kann ich sie von hier oben nicht abschießen? Was ist das denn? Weiß nicht! Zeig mit deinem Kappchen! Warte! Wo ist sie? Oh! Oh! What the fuck! Das kann doch nicht sein! Jetzt hab ich sie! Weißt du, ich wollte elegant um sie herum tänzeln und ich falle da runter! Genau in die kleine Ecke da, ey! Das Jetpack, ey! Ist echt schwer! Ja, ist echt schwer! Ich versteh's auch nicht! Hab ich dich? Hab ich dich? Nein, nein! Das Fahrzeug hat mich gekillt! Weil ich hab echt unabsichtlich geschossen! Ach so! Dann deswegen die Turbulenzen und dann... Ja! Das sind wohl die Fragen! Die Turbulenzen! Unerwartete Turbulenzen! Ja, das war wahrscheinlich... Nightshed hat meine Waffe geklaut! Ja! Ja, Traitor! Du kannst doch nicht meinen Motor wegschießen! Ich bin angekommen! Ich bin angekommen! Nur die Mac-10! Mein Hut! Mein Hut! Oh ne, dein Hut! Doch! Ich beschließe diese Runde nicht runter zu fallen! Ich beschließe! Das ist ein guter Plan! Das hast du mich gerne beschlossen! Du hast mir das zu verfolgen! Ma, versucht's auch! Detective Trailer! Ma, wie würd das denn? Ma, hast du ihn jetzt abgenommen? Grenz! Wechselhut! Ich hab schon einen Hut! Wechselhut! Wo warst du das? Ein Fass! Warum hast du auf das geschossen? Der Motor ist runtergefallen! Weil ich wirklich traurig und frustriert war! Ma, was machst du da an dem Explosiven Fass? Fehlstart! Fehlstart, Leute! Fehlstart! Ma! 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 Ich hab hier Nefi an der Angel! Ma! Welcher Ingenieur hat das wieder gebaut? Wuhu! Double Grappling Hook hier mit mir! Ja, du ja! Komm hier nicht hoch! Scheißdach! So! Los, häng du dich an mich! Mal gucken, was dann passiert! Hallo! Warte! Hi Shiko! Ah, scheiße! Guck mal! Wir sind alle! Ah! Oh Gott! Wer gesniped? Hier wurde gesniped! Von Brands, oder? Wer wurde gesniped? Wer ist hier ein Sniper? Was hast du hier an? Wo ist Shiko? Ich schreie mich an! Wo ist Shiko? Warte, warte, warte! I don't trust you, Anne! Bleib mal kurz was stehen! Julia ist da! Julia ist da! Julia, wir beide sind gut! Super Idee! Was bitte? Wir beide sind gut! Ja, wir beide sind gut! Okay! Aber wenn du das sagst, dann bist du es machst! Finde ich auch gut! Horchi, du bist der reisende! 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 Ohhhh! Vom Gefühl her habe ich jetzt echt für dich sorgt! Aber du magst mich doch immer! Ja, aber das hat er damit nichts zu tun! Piu! Oh Gott! Peng! Peng! Ich hab dich geschlossen! Horchi! 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 Da ist ein Traitor gestorben, Horchi! Hab ihn! Ich glaub, ein Nightshade ist es! Was? Er hat die DNA an Shigo zurückgelassen, das war ein Gewaltverbrechen! Das ist skandalös! Warum willst du mich hier runterschubsen? In die Knie! In den Staub! Dann versuchst du schon wieder zu fliegen! Ja, aber das reicht nicht als Motor, die Waffe! War auch ein richtiger! Oh, wer hat Madness gesagt? Wie, hast du Madness gesagt? Nee! Wo bist denn du? Ich schlaube immer ein Dach! Wer sagt Madness? Was ist da oben? Madness ist bestimmt Horchi! Da oben? Horchi ist tot! Red! Red ist du Madness gesagt! Ja! Nein! Hier ist scheiße eine Madness! Irgendjemand hat mir das Madness-Ding, Leute! Julia, ich schubs dich jetzt! Was denn? Wieso? Komm doch hier rüber, wenn du dich traust! Und? Ja, ich geh rüber! Detective, du tust mir nix! Oh Gott! Sag das nicht! Du kennst mich als Detective nicht! Oh Gott! Disco! Pugo! Dingelingeling! Wusste ich selber nicht! Wo ist mein Flugzeug? Da ist doch irgendjemand schon mit abgehoben! Nein! Der Motor liegt ja noch! 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 Und es ist wieder... Wieder Dead Ringer! Soll ich einen random kill machen? Wie der Ringer? Soll ich einen random kill machen? Wer war's? Hallo! Wie geht denn der Sparta richtig? Wer war's? Linksflick! Hab ich gemacht! Ich hab Schiro vorhin ins Gesicht getreten! Die war einfach tot! War voll langweilig! Ja, das ist doch das, was man dann doch machen! Einfach tot! Ich dachte, sie soll fliegen! Ich dachte, sie fliegt! Ja, schon! Lass einen fliegen! Ja, die fliegt dann schnell weg! Wieso funktioniert das Ding nicht? Die ist einfach tot! Ich dachte, es fliegt schon rum dann! Das kann man ja gar nicht gebrauchen! Ist ja ein Instant Kill!